Musik Musik Herzlich Willkommen liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, wir sind hier bei unserer Sendung die Stunde der Wahrheit und ich bin die Nicole und freue mich, dass ich mit euch heute das Wort Gottes teilen kann. Uns geht es darum, dass wir die Wahrheit so verkünden, wie es in der Bibel steht, nicht verdreht oder nach jahrhundertelanger Veränderung dann, dass zum Schluss etwas anderes rauskommt, sondern einfach nur gerade, was in der Bibel steht. Und heute geht es um ein ganz zentrales Thema für jeden Christen oder auch für alle anderen Leute, die noch keine Christen sind und zwar das Kreuz Jesu Christi. Was ist das Kreuz und warum das Kreuz? Was bewirkt ist? Also, ich habe dafür eine Bibelstelle ausgewählt. Wir werden ein bisschen spazieren gehen in der Bibel und ein paar Bibelstellen anschauen. Und unsere zentrale Bibelstelle ist im Johannes 19, ab Vers 17. Und ich fange an zu lesen und werde dann auch immer wieder unterbrechen und was dazu sagen. Vers 17. Und er, also er ist Jesus, und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Also, hier sehen wir schon mal, Jesus trug sein Kreuz. Ein Kreuz. Was ist ein Kreuz? Ein Kreuz war eben früher so ein Hinrichtungspfahl in der römischen Zeit und eigentlich die grausamste Todesstrafe in der Antike. Das Kreuz diente damals, also bei den Römern auch, besonders zur Hinrichtung, zur Folter und zum Pranger. Also, das bedeutet, damit alle sehen, da hängt ein Verbrecher, den kann man verspotten, dem kann man, bevor er stirbt, noch alles sagen, was man ihm gerne gesagt hätte und die Verachtung richtig ausdrücken. Und es war praktisch so ein Pfahl in der Erde befestigt und der Querbalken, der wurde eben jetzt hier von Jesus selbst getragen auf der Schulter. Mit dem Querbalken wurde dann eben der Verurteilte festgemacht und nach oben gezogen an den senkrechten Pfahl. So fand es damals statt. Genau. Und den trug eben Jesus an diese Schädelstätte, an den Golgatha. Diesen Namen kennt man eigentlich in jeder Sprache, Golgatha. Und die Schädelstätte, das heißt, das bedeutet auch schon, er ging an einen Totenort. Also Schädel, das ist ja ein Totenkopf, die Überreste praktisch, die knöchernen Überreste von einem Kopf. Und da wurde der hingebracht, also zu einem nicht schönen Ort, zu einem Ort außerhalb Jerusalems, zu einem verachtungswürdigen Ort. Und er wurde gekreuzigt, zwei andere mit ihm. Wir haben jetzt hier schon, also jeder von euch hat ja sicher schon mal gehört, dass Jesus gekreuzigt ist. Diejenigen, die im Christentum sind, wissen, das Kreuz ist eine zentrale Botschaft. Man hat schon mal gehört, man hat schon mal den Pfarrer oder den Pastoren davon reden hören. Und auch alle anderen, seid ihr jetzt Moslems oder je nachdem was, habt ihr schon mal gehört, okay, da gab es einen Jesus und der starb am Kreuz. Und die erste Botschaft, die ich habe jetzt hier, ist an Menschen, die denken, Jesus sei ein sehr vergeistigter Mensch, so ein esoterisch abgehobener Guru und da steht ganz klar drin, zwei andere wurden mit ihm gekreuzigt. Ich möchte euch heute zeigen, dass Jesus auf seinem Weg zum Kreuz, dass der uns schon auf dem Weg zum Kreuz und bei seiner Kreuzigung Botschaften gibt, die die Irrlehren, die heute so unter vielen Menschen unterwegs sind, hat er die damals schon richtig gestellt. Und wenn du, lieber Zuhörer, das Wort Gottes in Wahrheit und Ehrlichkeit liest, dann wirst du heute merken, dass deine Lehre, die du bekommen hast oder die du vertreten hast, vielleicht ganz falsch ist. Also, für alle Esoteriker, für alle Gnostiker und alle, die meinen, Jesus war so ein Übermensch, Jesus war Mensch, Jesus war zwar Gott, aber er war ein Mensch unter Menschen und wurde gekreuzigt mit zwei anderen Menschen, damit er die Menschen erlösen kann. Das hören wir noch später. Wir lesen weiter mit Vers 19. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben, Jesus, der Nazuräer, der König der Juden. Diese Aufschrift nun lasen viele von den Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Diese Verse richten sich hauptsächlich an mehrere Arten von Menschen. Vielleicht bist du dabei. Diese Verse richten sich zunächst mal an die Juden. Wenn du ein Jude bist, wenn du dieser Religion angehörst oder diesem Volk, hier steht ganz klar Jesus, der König der Juden. Und diese Anführer früher, diese religiösen Führer, wollten das nicht hören, dieses Wort. Dieses Wort, dass sie einen König hätten. Aber Pilatus hat damals schon gesagt, nee, ich habe das geschrieben und das bleibt auch geschrieben. Er war zwar damals kein Jude, er war ein Römer, also einer aus den Nationen. Er war auch kein Christ, er war auch nicht gläubig, aber er war von Gott geführt, indem er sagte, nein, das bleibt stehen. Also, wenn du ein orthodoxer Jude bist, dann wisse, du hast einen König. Und der König heißt Jesus Christus. So, jetzt mal für alle diejenigen, die gegen Juden sind oder die antisemitisch sind. Ihr sollt mal wissen, was ihr sagt oder auf wen ihr schimpft. Es gibt einen, der König ist über die Juden und zwar diejenigen, die glauben. Also pass auf, über welches Volk du schimpfst. Auch wenn du jetzt jemand aus einer arabischen Kultur oder was bist. Oder wenn du denkst, nur weil du aus Palästina kommst, musst du über Juden herziehen. Natürlich, was Menschen heute machen, ist nicht alles richtig. Aber, oder wenn du, wenn du aus der nationalsozialistischen Szene kommst und feindlich bist gegen diese Art von Menschen, dann sollst du wissen, die Juden sind Gottes Volk. Jetzt möchte ich mir mal anschauen, was im Vers 20 steht. Und zwar, dieses Wort, Jesus, König der Juden, war geschrieben auf Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Also, dieses Wort betrifft aber nicht nur das jüdische Volk. Es betrifft alle anderen auch. Und zwar, indem es auf Lateinisch und Griechisch geschrieben war, konnten alle das lesen. Das heißt, die Nationen. Früher waren ja Lateinisch und Griechisch die Sprachen, sagen wir mal, die Handelssprachen, die Sprachen der Gelehrten, in denen was aufgeschrieben wurde und in die ganze Welt verbreitet. Es war Absicht Gottes, dass jeder lesen konnte, dass Jesus ein König ist und dass es in die ganze Welt geht. Und drum bist du und ich heute auch betroffen, obwohl wir nicht zum jüdischen Volk gehören. Jesus ist ein König. Wir lesen jetzt weiter, Vers 23. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander, lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Die Kleider wurden unter den Soldaten verteilt, nicht unter dem Volk, sondern unter den Soldaten. Und die Soldaten waren ja auch diejenigen, die schließlich und endlich Jesus Christus gekreuzigt haben. Und doch hatten sie die Gnade, seine Kleider unter sich zu verteilen. Das gibt uns einen Hinweis auf später. Dass Menschen in den Nationen, dass auch Sünder Jesu Kleid anziehen dürfen, Jesu Kleid annehmen dürfen. Wenn du jemand bist, der schon viel auf dem Kerbholz hat, wie man bei uns sagt, dann wisse, es ist jemand am Kreuz gestorben und seine Kleider sind verteilt worden, unter anderen Sündern. Und er will auch dir sein neues Kleid schenken, damit du dein altes, schmutziges abstreifen darfst und die Sünde weglassen. Und deswegen hing er für dich am Kreuz. Vers 25 Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria des Klopas Frau und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Diese Verse richten sich an alle katholischen Menschen und an alle anderen Menschen, die Marienverehrer sind. Hier schon, in seiner weisen Voraussicht, hat der Herr Jesus etwas ganz Grundlegendes klargestellt. Er ist Gott und hängt am Kreuz. Und da unten steht ein Mensch. Er heißt Maria. Und dieser Mensch, Maria, war ein Mensch wie alle anderen. Er hat sie hier nicht mehr meine Mutter bezeichnet, sondern er hat sie bezeichnet als die Mutter eines anderen Menschen, weil er genau wusste, sie ist in Sünde geboren und war auch keine Jungfrau mehr, weil sie nach ihm noch Brüder und Schwestern hatte. Und sie war eine Mutter wie alle anderen Mütter. Weil dieser Johannes, er hatte ja auch selber seine Mutter. Ich weiß nicht, ob die Mutter von Johannes damals schon gestorben war und Jesus das auch deswegen zu ihm sagte. Aber eins kann ich sagen, Maria ist nicht die Mutter Gottes und schon am Kreuz hat Jesus bestätigt, du bist nicht die Mutter Gottes, du bist die Mutter eines Menschen und wirst das auch bleiben. Und genauso sollen wir, die wir heute zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, Mütter und Väter sein, auch für andere Menschen. Wir lesen weiter. Ab Vers 28 Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde. Mich dürstet! Es stand da ein Gefäß voller Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Üsopzweig und brachten ihn an seinen Mund. Nur zur Erklärung, dieser Üsop, das ist so eine Pflanze und bei mir in der Erklärung steht hier ein kleiner Busch mit stark riechenden Blättern. Er wurde beim Reinigungsopfer zum Besprengen verwendet. Also, das deutet auf die alttestamentliche Reinigungssitte hin. Vers 30 Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. So, liebe Moslems, das ist der Vers für euch. Hier steht ganz klar, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht und so weiter. Jesus ist wirklich am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Er wurde nicht vor seinem Tod entrückt. Es steht ganz klar hier, dass Blut und Wasser herauskamen, ein Zeichen dafür, dass ein Leib tot war. Und selbst wenn er nicht tot gewesen wäre, hätte ihm dieser Stich durch die Rippen den Todesstoß versetzt. Aber er war ja schon tot. Jesus ist kein Prophet unter anderem. Er ist Gott. Und weil er Gott ist, kann er sterben und wieder auferstehen vom Reich des Todes. Das hat noch nie ein Prophet geschafft. Aber Jesus Christus ist unser auferstandener Retter. Und er hat das geschafft. Und vielleicht hast ja du auch lieber Zuhörer oder lieber Moslem, mit deinen Sünden zu kämpfen. Und bist schwer beladen. Und vielleicht hilft es dir ja auch nicht, wenn auf der linken Seite deine Sünden lasten und auf der rechten Seite du dann die guten Werke hast. Vielleicht fühlst du dich deswegen immer noch schwer. Du darfst glauben, dass für dich einer gestorben ist, weil er deine Sünden getragen hat. Und zwar bis zum Ende. Bis zum Tod hat er für dich gelitten. Denk darüber nach. Vers 35 Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Amen. Bis daher jetzt diese Bibelstelle. Ich denke, den einen oder anderen hat es vielleicht zu denken gegeben. Aber wisst ihr, warum ich heute diese Kreuzestat von Jesus mit euch teilen möchte? Ich war auch früher sehr im religiösen System und ich habe aber auch früher immer geglaubt, ja, es gibt jemanden, es gibt jemanden, der das erschaffen hat, aber was das mit dem Kreuz soll, das habe ich nie begriffen. Und das ist der Grund, warum ich das heute mit euch teilen möchte. Und es gibt einige Konsequenzen der Kreuzestat. Die erste Konsequenz haben wir schon gesehen. Jesus hat schon mit seinem Sterben gewisse Irrlehren von vorne herein ausgewischt. Dann gibt es eine weitere Konsequenz. Unsere Schuld wurde weggenommen. Das haben wir jetzt eigentlich schon ein paar Mal gehört. Ich möchte es nur noch mal bestätigen mit der Schrift. Und zwar im Kolosser 2 Vers 14 Brief an die Kolosser Kapitel 2 Vers 14 Da steht drinnen Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also gegen dich besteht ein Schuldschein. Alles was du von klein auf vom Baby an Schlechtes tust, selbst wenn du schon egoistisch schreist in deiner Wiege. Das wird aufgeschrieben. Und das sind Satzungen und der Schuldschein besteht. Er besteht bei Gott und er begleitet dich dein ganzes Leben und diesen Schuldschein hat Jesus ans Kreuz genagelt, wenn du an ihn glaubst und ihn annimmst und das Kreuzes Werk annimmst. Also das ist schon mal eine Konsequenz. Eine nächste. Steht gleich im nächsten Vers 15 Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. In ihm also im Kreuz hat er den Triumph über geistliche Mächte gehalten. Manche 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 euch glauben vielleicht nicht dass es eine geistliche Welt gibt aber sie ist reell und die Bibel bestätigt uns das auch und manche die vielleicht auch esoterische Erfahrungen oder übersinnliche Erfahrungen gemacht haben die wissen dass es sowas gibt und Jesus Christus war am Kreuz und hat alle bösen Mächte alle dämonischen Mächte an diesem Kreuz besiegt und wenn wir an ihn glauben und mehr und mehr an ihn glauben dann wissen wir dass unser Herr den Sieg hat und dass wir uns von niemandem mehr was gefallen brauchen von der dunklen Seite und dass auch die Dinge die wir vielleicht in esoterischer spiritueller Art und Weise machen dass die keine guten Dinge sind und dann kommen wir schon zur nächsten Konsequenz die da sehr gut mit dazu passt und wir gehen in Hebräer 2 Vers 14 da steht weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt um durch den Tod den zunichtet zu machen der die Macht des Todes hat das ist der Teufel Amen diese dämonischen Mächte von denen wir gerade gesprochen haben sie haben einen Herrn und er heißt Satan oder Teufel und genau der wurde am Kreuz durch den Tod steht hier besiegt und somit derjenige der die Macht des Todes hat also Tod und Teufel wurden am Kreuz besiegt deswegen konnte Jesus ja auch wieder auferstehen die Kraft Gottes ist eine Auferstehungskraft wenn du todkrank bist oder eine Krankheit hast dann musst du wissen ist es jemand wieder auferstanden Amen im Vers 15 kommt gleich die nächste Konsequenz die vierte oder fünfte und um alle die zu befreien die durch Todes Furcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren Knechtschaft Knechtschaft durch Angst wer kennt das nicht wir haben Angst vor allen möglichen Dingen aber die letztendliche Angst die dahinter steckt ist immer die Todesfurcht die Angst vom Sterben und die wurde besiegt und diese Sklaverei möchte Jesus auch von uns nehmen von dir oder von allen denen die immer wieder damit zu kämpfen haben Gott segne dich wir kommen jetzt noch zu einer anderen Konsequenz und die hat auch mit Knechtschaft zu tun oder mit Sklaverei und wir lesen davon in Epheser 2 also das sind jetzt alles lauter Kapitel 2 ist mir aufgefallen alle mit den Versen 14 und Epheser 2 ab Vers 13 bis 18 habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben Epheser 2 ich lese ab Vers 13 jetzt aber in Christus Jesus seid ihr dir einst fern wart durch das Blut des Christus nahe geworden das ist genau das was ich vorher gemeint habe mit der lateinischen und griechischen Aufschrift alle diejenigen die eigentlich fern waren von dem jüdischen Volk weil Jesus Christus ist ja als Jude gekommen die sollen wissen ich bin nicht mehr fern sondern ich bin jetzt nahe denn er ist unser Friede er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen er hat hat Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt um die zwei von den zwei das sind einerseits die Juden und andererseits die Nationen um die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz durch das er die Feindschaft getötet hat und er kam und hat Frieden verkündigt euch den Fernen und Frieden den Nahen ich möchte ich habe von einer ich habe von einer Knechtschaft von einer Sklaverei gesprochen das möchte ich jetzt erstmal nochmal aufgreifen und zwar Vers 15 er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt um die zwei er hat das Gesetz beseitigt hallo wer hat sowas schon mal gehört das Gesetz das alte Gesetz von Moses das Gesetz dass man in einen Tempel in ein Gebäude gehen muss und dort ein Opfer bringen dass man dort Weihrauch schwingen muss um Gott zu besänftigen dass man vielleicht so wie im Hinduismus mal den Göttern ein Speiseopfer hinlegen muss das hat ja alles beseitigt das Gesetz dass man bestimmte Feiertage einhalten muss das Gesetz dass man an dass man unbedingt an Ostern eine Auferstehung feiern muss diese Gesetze hat Gott alle beseitigt die ganzen Zeremonien mit den besonderen Kleidungen für amtliche geistliche Menschen das hat Jesus beseitigt weil das haben früher die Juden gemacht und damit Gott ihnen weiterhin wohlgesonnen sein kann mussten die an Opfer bringen mussten die für sich selber und und für das Volk Sühne Opfer geben sie mussten Brandopfer damit Weihrauch aufsteigt das brauchen wir heute nicht mehr liebe Katholiken und alle anderen Kulturen und Religionen das machen alle Opfer bringen sowas müssen wir heute nicht mehr tun das einzige Opfer das Gott braucht ist dich selber also zeremonielle Gesetze hat Gott beseitigt natürlich nicht die moralischen Gebote ja du sollst nicht töten und so weiter das gilt ja heute nach wie vor und jetzt komme ich dann noch mal zum Schluss noch mal auf die auf die zwei zu sprechen das jüdische und die Nationen wir sind heute ein Leib alle die Jesus Christus angenommen haben es gibt keine Abtrennung mehr hier steht ganz klar drin Jesus Christus ist gekommen um Frieden zu stiften zwischen allen Gläubigen wir brauchen wir brauchen keine Trennwende von Kirchen Wenden mehr es geht hier allerdings nur um diejenigen die glauben es heißt es die ihn angenommen haben deswegen sind ja auch seine Gebeine nicht zerschlagen worden sondern der Leib Christi also alle die Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen haben egal welche Hautfarbe egal welches Alter egal wie sie aussehen oder welche Sprache sie sprechen sie sind ein Leib auf der Erde und egal aus welcher Kultur du kommst und egal welche Religion du bisher hattest auch wenn du bisher dachtest ein Christ zu sein ich weiß jetzt ich war damals kein Christ weil ich nicht verstanden habe was Jesus am Kreuz getan hat und warum er da eigentlich hängen musste ich dachte mir immer das ist wie man bei uns in bayerisch so schön sagt das ist ein Schmarrn aber ist es nicht ich hoffe wir haben heute gehört dass das kein Schmarrn ist aber es gab auch damals schon zu Paulus Zeiten auch Leute die dachten das ist völliger Unsinn das mit dem Kreuz und das wird unser abschließender Bibelferst sein und zwar steht er im ersten Korinther Kapitel 1 Vers 18 Denn das Wort vom Kreuz ist denen die verloren gehen Torheit uns aber die wir errettet werden ist es Gottes Kraft So da möchte ich noch gerne einen Irrtum aufklären und zwar das Kreuz annehmen und die Kraft des Kreuzes annehmen bedeutet nicht dass du dir ein Kreuz um den Nacken hängen sollst oder dass du ein Kreuz in deine Wohnung hängen sollst weil wir als Christen wir brauchen keinen Talisman wir brauchen keinen Gegenstand den wir vergöttern oder anbeten können das steht auch in den Zehn Geboten gleich ziemlich am Anfang im zweiten Gebot sollst dir kein Abbild machen du sollst keine anderen Götter haben das wäre nämlich dann Götzendienst also du brauchst nicht um zu zeigen du bist Christ ein Kreuz umhängen es gibt nämlich auch noch einen Bibelfers im Galater 3 Brief an die Galater 3 Vers 13 ich lese Christus hat Christus uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes was wir gerade gehört haben die Sklaverei des Gesetzes die brauchen wir nicht mehr die Leute früher die haben Gegenstände gebraucht heilige Objekte das brauchen wir heute nicht mehr weil wir von diesem Fluch losgekauft wurden auch von den ganzen Talismans wurden wir losgekauft damit wir keine Steine mehr Edelsteine mehr sammeln müssen oder solche Dinge denn es indem er ein Fluch für uns geworden ist denn es steht geschrieben verflucht ist jeder der am Holz hängt also ich denke nicht dass du verflucht sein möchtest ich denke nicht dass du dir einen Gegenstand umhängen möchtest den Gott früher schon als verflucht angesehen hat und der wie ich am Anfang gesagt habe ein Zeichen der Verachtung ist ein Zeichen des Todes ein Zeichen der Hinrichtung und der Folter sei frei dein Kreuz ab heute abzunehmen und Gott im Geist und in Wahrheit anzubeten mit deinen Gedanken mit deinem Herzen mit deinem alltäglichen Tun und damit möchte ich schließen und ich hoffe dass das Kreuz Jesu Christi auch deine Kraft wird und dass du nicht mehr denkst das ist eine Dummheit oder warum sollte Gott für uns sterben nimm es einfach an dass jemand für dich gestorben ist an deiner Stelle und ich hoffe euch hat es gefallen und wenn ihr noch mehr sehen wollt von dieser Art nicht unbedingt von mir oder von anderen die Gott auch inspiriert hat dann könnt ihr auf unsere Internetseite gehen www.zurück zum wort.org und wenn ihr auch schon wiedergeborene Christen seid also von oben geborene Christen und wenn ihr denkt ihr habt vielleicht selber ein tolles Zeugnis oder ihr habt eine Sache die ihr vielleicht mal in der Bibel richtig stellen wollt oder ihr habt ein Video für uns vielleicht kennt ihr jemanden der sich bekehrt hat dann schickt uns doch dieses Video geht auf unsere Internetseite und wir freuen uns über jeden Beitrag und Gott segne euch bis zum nächsten Mal Bis zum